Ja, das sieht doch gut aus. Wie geht's denn hier jetzt weiter? Das musste weg. Ja. Ach, den haben wir da. Na, ob ich das sägen kann. Sieht so aus, ne? Sieht jetzt nur Shotgun-Munition-mäßig für uns böse aus hier. Das ist nicht so schön vor dem nächsten Level. Ja, aber wir gucken, ob wir noch was finden. Sieht nur nicht danach aus, ne? Das habe ich alles verschwendet, ja? Ja, mehr oder weniger. Ich hätte mehr andere Sachen nutzen sollen. Hm. Hm. Das ist dann wohl die A-Karte. Oh, das ist so langsam. Ja. 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 Das kann lustig werden hier. Munitionstechnisch halt ziemlich kacke hier. Was ist ja auch nett. Ihr macht das schon für mich, glaube ich. So kann das auch mal gehen. Machen wir es uns einfach. Sonst neigt der Dennis hier ja zum Verkacken. Ich weiß nicht. Das war's. Tja, dann schauen wir mal hier. Geht denn das jetzt hier weiter? Ich hätte ganz gerne wieder mehr Chaingunen eigentlich, aber naja gut. Oh, shit. Das muss man halt ein wenig mehr mit Motorsäge machen. Oh, no. Oh, yeah. Okay. So geht's dann wohl. Okay. 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 No Vice on Doom 2. Hell on Earth. Okay. 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 Oh. 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 A little bit we have. But the ammo is low. Cool. 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 Just shoot them. Okay, I do. Das war's für mich. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Hinter mir. Und noch mehr. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, beef, gee, okay, that's nice. Found a secret, okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Da hab ich Munition verschwendet, aber gut. Ich verstehe. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, too much slow. 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 That wasn't good. Oh, shit. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Oh, shit. Nice secret. Very nice secret. And there's one more. Welcome. In my stream. Oh, shit. Oh, shit. I need ammo. Amour of the good weapons I need. Hi, Miss Sages Benz. Oh, shit. I need ammo. Okay, all gone. Yellow key, okay. In here. Here we was. Blue key. Okay, I have an idea. I want this stuff. Little bit shotgun ammo. We need it. So, this door. Oh. Whoa. Oh. Whoa. 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 We send them all back to hell. Whoa. 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 So, 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 I think he has a secret, anywhere, anywhere, but this I don't mean. But we take it. One more, okay. But there was, oh my god. This one, I think. Oh shit. Oh shit. About this one, I was thinking. Here's another one. The secret is revealed. We take it all we can. Another one. Oh yes, shotgun ammo. Oh, here and there. So, we got the blue key. Where was the blue door? Hmm. Another one, secret and monsters. Welcome on my stream. Bloody novice on ultraviolence. Oh. Holy. Hit. Oh. Oh. Shit. Oh shit. Oh my god. Hey Xavos. Schaust du auch mal bei mir vorbei, ja? Ich habe mir gerade ein riesen Problem mit diesem sich teleportierenden, hast du nicht gesehen? Mega-Dämon. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Lass mich heile. Da gibt's eine Tür mit einem gelben, oder für den gelben Schlüssel, aber keine Ahnung, wo ich das hernehmen soll. Ich finde, ich muss mal speichern. Speichern. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Where's my BFG? Oh! Du hast live gestorben, ja. Herzlich willkommen, alle, die neu dazukommen. What is this language? I'm speaking with my mother speaking German. But English I can too. Ah, die hätte ich auch nehmen können, das wäre alles einfacher gewesen, nicht? Gut oder auch nicht gut. Jetzt bin ich fast tot. Cool. Hm. Hier gibt's ja jetzt nichts mehr für mich, ne? Ist so wirklich. Glaube ich ja sinnlos und verwundbar herum. Ich bin eigentlich ziemlich down, ja. Hm. Hm. Warst du ja nicht vorhin schon mal heller gewesen? Meinte ja. Aber gut. Yellow Key. Where is the yellow key? I think I need. Ich komm jetzt sonst nicht weiter, ne? Da wäre Exit. Hm. Okay. Wo ist jetzt der Weg für mich? A little bit health hier und dort. Und dann schauen wir mal. Können wir uns wieder ein bisschen aufbauen. Es muss da hier irgendwie noch was geben, ne? Hälfte richtig gut aus. Gibt es da noch irgendetwas? Gibt es hier noch irgendetwas? Können wir das die Schaffende highlighter, nicht? Diese Spiegel kann einem dann schon mal den letzten Nerv hauben. Dann da oben. Irgendwie kam ich da ja vorhin mal hin, ne? Irre ich hier so umher? Ich brauche eigentlich einen gelben Schlüssel. Hm. Tja. Was kann er jetzt hier machen, ne? Das ist die Frage. Da ging was auf. Ach, das war das Secret mit dem... Muss mir jetzt nichts mehr bringen, ne? Ja. Ach shit. Lass mich weg hier. Ach, kriegen unser Helf ja wieder. Geht ja alles. Hm. Dann ging das da hinten irgendwie auf, ne? Das ist noch ein bisschen Shotgun Ammo. Die nehmen wir mit. Das da geht auf. Okay. Aber nichts mehr drin. Okay. Tja. 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 Wo bin ich doch wohl noch nicht gewesen, aber wo? Da gibt's die Tür mit für den gelben Schlüssel. Hm, vielleicht hier hinten noch irgendwas irgendwo? Wo kommen wir denn hier jetzt hin? Wo kommen wir hier wieder raus? Okay. Aha. Das ist aber manchmal auch. Da ist man dann einfach mal blind auf den Augen, ne? Hier wieder auf dem richtigen Weg. Ja, ja. Ach so, halbwegs, ne? Ähm... Die Tür. Ha! Geschafft. Gibt's ja nicht. Wunderbar. Mehr geht's super, Xavus. Danke, dass du auch mal bei mir bist. Alles haben wir abgesahnt. Naja, fast, ne? Oh, verdammt. Hier geht es auch nicht auf die Post ab. Das ist verdammt unschön hier. Oh, weia, ey. Ja, genau, schießt noch von dort auch noch. Oh, Chaingunner, die sind übel. Okay. Erste Aufrollenphase überstanden. Kommt die denn jetzt schon wieder her? Oh, nein. Lass mich hier raus. Irgendwie. Irgendwo. Ich bin ja gleich verkackt hier, ne? Da kommt man nicht raus, kann da sein? Ah, ja. Verstorben. Okay. Peace. Brutal du mir, ja. Das ist wirklich schön. Oh, shit. Ich denke, der Klassik ist wirklich schön, auch. So. Oh. Karkut Demon. Ah. Oh. Das ist wahr. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wo ist der Schaingun? In welcher Nummer? 1-4, ok. Oh, 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 oh. Oh, come on. Come on. Doom 2 is classic. Yeah. But not so easy. I think I need rockets here. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. What do I have wrong here? What do I have wrong here? Oh, shit. Oh, shit. Little bit safe. Rück mir von der Pelle. Jetzt gerade wieder nur 10 oder so, ne? Ach, kleiner YouTuber. Großer YouTuber, ne? Hehehe. Kann ich ja gerade sagen, erwische ich den nicht von hier? Oder? So. Ja. Kann ich später auch sägen, eigentlich. Ich bin auch schon wieder ganz gut erledigt hier, ne? Oh, rockets for this one. Jo, hau reinks aus. Freut mich, dass du da warst. Ja. Sehr bald sogar. Bin wieder spät. Oh, da unten brauche ich nen roten Schlüssel. Oh, danke dir. Guck mir, irgendwie müssen wir wahrscheinlich hier erstmal weiter, ne? Hier geht wohl was. Boot up, boot up, boot up. Oh shit. What? Wo? Wer? Oh, hier an der Seite. Okay, was gibt's? Ja, uah. Muss man mich so quälen? Fass so aus, ne? Sondergalaxie und Sterne, Xavos Army ist die stärkste. Krümel HD, hi. Das wird jetzt langsam richtig knackig hier. Oh ja. Und ich bin so ein blutiger Anfänger hier. Chaingun, wo ist die Chaingun? Die ist, glaub ich, ganz gut hier. Ja, das läuft ganz nett. Ja gut, hier gibt's schon mal einen Schlüssel. Ach du Scheiße. Nee, ne? Der weckt dich jetzt wieder auf, nicht wahr? Oh, bitte nicht, ey. Okay. Okay. Die müssen immer schnell weg. Das hat man da richtig ein ernsthaftes Problem. Diese, ich weiß nicht mehr, wie die sich nannten, aber die, äh, ja. Habt's ja gesehen, die wiederbeleben. So, wird mich nicht wundern hier. Ich glaube, Keycard, dass hier jetzt wieder die Post abgeht, irgendwo. Irgendwas ist ja immer. Ja, ich kann da hinten durch die Tür, ne? Licht und ergreifend. Okay. Erstmal ist ja hier so keiner, der mehr was will. Da fährt das erstmal hoch, dass man da rüber kann. Okay. Ich bin so sorry, das ist mein EZ, hier. Okay. So, ich bin so sorry, das ist mein EZ, hier. So, ich bin so sorry, das ist mein EZ, hier. Oh, ich kann wieder ein bisschen mehr Shotgun verwenden. Okay. Das ist immer nett. Was hat sich hier jetzt getan? Hm, ich weiß es nicht. Ich kann da rüber. Machen wir das mal. Rote Schlüsselkarte. Da unten. Okay. Dann wollen wir da mal hin. Oder auch nicht. Hm. Wofür ist das Schalterchen da? Dann kommt man hier hoch, okay. Nett. Merken. Könnte nützlich sein. Das ist gemein, ja. Aber richtig gemein. Den gibt's ja auch noch. Aua. Genial. Du gehörst du in die Motor-Säge. Paketenwerfer, cool. Das ist aber unschön, ja. Ja, genau, weil ich euch nämlich hasse, wie der ist. Weg mit euch. Tja, dann machen wir mal gegenseitig fertig auf, oder auch nicht. Tja, aber wofür ist der Anzug gut. Tja, aber wofür ist der Anzug gut? Um da unten vielleicht lang zu laufen, wa? Könnte sein. Wollen wir schauen mal erstmal, was hier jetzt so los ist. Oh, shit. Das war gar nicht gut. Lass mich hoch. Jetzt weiß ich auch, wie man da in der Mitte wieder hochkommt. Alles klar. Ja. Ja, komm mal her. Haha. Oh, ich hab bald ne Stunde dabei hier, Junge, Junge, Zeit ist immer am Rennen. Müsste mal wieder ein bisschen mehr Chaingang verwenden, glaub ich. Den Anzug lass ich dann mal schön noch liegen. Wer weiß, wofür der uns noch nützlich wird. Guten Tag. So ein Vieh auch noch. Junge, Junge, Junge. So soll ich da einfach runterlaufen, ja? Und dann bin ich ja gleich irgendwo mitten in irgendein Krempel drin, der mir nicht gefällt. Ja, ich muss da runter. Oh, shit. Shit. Ähm, ja. Wie geht's mir jetzt weiter? Wir haben nen Schalter drücken oder so. Muss hier wohl hoch? Okay. Dadurch hat sich hier aber nichts aufgetan. Schnell genug sein. Irgendwie. Ah. Andere Seite. Okay. Gleich erschreckt's mich bestimmt irgendwas. Irgendwer. Mhm. Da ist ein Teleporter und da ist ein Schalter. Oh. Das ging jetzt aber schneller als erwartet. Das hatte ich mir so eigentlich jetzt nicht gedacht gehabt. Da gibt's ja noch was, ne? Ach komm, Junge. Wo bist du? Komm her. Sack. Jetzt wo ich weiß, wie's wohl geht. Ach, war das nochmal? Da gibt's ja bestimmt noch ne ganze Ecke mehr, ne? Ich glaube nicht, dass das schon alles war. Wo führt dieser Teleporter nämlich hier hin? Aha. Können wir sogar sehr gut gebrauchen. In der nächsten Level. Wir können besser durch. So, I think it's enough for today. But I can't save at this moment. Ooooh. Is that a sheet? Like an ID-Clip oder so So, save it up Oh Freunde, da macht's gut, ne? Bis dahin, wenn's wieder heißt Doom oder sonstigen Stream And that's enough today See you later, alligator Bye